Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft im Hardcore-Modus. Ich starte immer so mit euch und beende auch hier mit euch zusammen. Und ja, beginnen wir mal. Super. Da sind wir. Genau, mit dem Regen. Und wir wollten unbedingt Diamanten fahren. Von was heißt wollten? Wir müssen. Wir müssen dringend eine komplette Klamotte erstellen. Das macht plus acht. Ich wollte noch was anderes gucken, gucken, aber das habe ich leider mit den Füßen eins. Ja, habe ich leider vergessen. Und zwar, ob wir überhaupt schon ein, oh, ich komme jetzt wieder nicht drauf. Das gibt es ja gar nicht. Da, Zaubertisch. Genau, ob wir auch schon einen Zaubertisch überhaupt herstellen können. Nicht, dass das nämlich gar nicht geht. Oder noch nicht geht. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, ich habe null. Ich habe tatsächlich null. Die können wir unten abbauen. Ein Buch haben wir ja. Genau, ein Buch. Zwei Diamanten ist auch kein Problem. Wir haben es Tag noch. Gucken wir mal ganz fix hinten. Ob denn schon wieder ein bisschen was an Zucker. Okay. 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 Komm schon. Oh, Gott! Wow. Oh! Oh, ho, ho! Yeah, it's going to get there. Oh, damn it. Oh, no. Oh, that's... Oh. Oh, that's the tree... Oh, that's... Oh, that's... Oh, that's... Oh, that's the key. Verdammt, ey. Ich habe jetzt schon mal was bekommen gerade. Mann! Ja. Oh! Nein, hast du dir das gemacht? Was bist du denn für einer? Oh, ist das ungerecht. Gemein. Es ist noch nichts nachgewachsen, war super. Oh! Fuck, rein. Verdammt. Scheiße. Was haben wir denn bekommen? Eine Phantomhaut. Was ist das? Okay, wir haben eine Phantomhaut. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Mal gucken, ob hier irgendwas aufblinkt. Und in der Phantomhaut ist das natürlich auch cool. Nee. Kann man, glaube ich, so jetzt momentan jedenfalls so nichts machen. Okay. Ist das irgendwie im Hardcore-Modus so Standard? Das ist immer nur gewittert. Ein bisschen nervig ist das gerade schon. Ah, na gut. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Obsidian. Obsidian und wir haben jetzt natürlich die Diamants-Besacke nicht dabei. Natürlich nicht. Ist ja selbstverständlich. Das war falsch. Das war falsch. Das war falsch, ja. Immer dieses Wasser-Ding zu finden, ist auch immer wieder eine Herausforderung. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir falsch gegangen sind. Ja, super. Okay. Genau, hier ist es. So, jetzt bauen wir mal ungefähr zehn Reihen weiter. Okay, jetzt kriege ich nur ein oder zwei Blöcke. Ja. Bin mal spannend. Mit Glück. Finden wir da noch mal eine andere Höhle. Ja. Okay. Nee, 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 nee. So. Okay, fünf. Wir machen mal fünf weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh. 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 Wir bauen hier ein bisschen ab. Achso, hier ist doch. Oh. Hier ist das hier rüber. Okay, fünf in die Tiefe können wir buddeln. Drei, vier, fünf, genau. Wir müssen ja gleich auf Lava kommen. Also gut, gleich jetzt vielleicht nicht, aber auf jeden Fall demnächst. Jawohl. Oh, ist das nice. Oh. Hammergeil. Ach, freut mich das wieder. Wie waren das? Sechs? Ach so. Ah. Also hätte ich nicht auf die Uhr geguckt, dass ich wenigstens trotzdem immer so ungefähr zwei Stunden mache. Ah, Lava. Oh, es freut mich irgendwie gerade echt, dass ich da jemanden gefunden habe. Ah, ja, genau, hier kommt es. Genau. Super. Nur da drüben ist der andere Weg. Ja, super. Äh. Tsch. Ne? Okay. Okay. Okay, jetzt habe ich leider vergessen. Nach. Nicht nach, wegen, wegen, wegen. Gleich komme ich drauf. Eisen, genau. Eisen. Weil das möchte ich natürlich auch immer mitnehmen. Und das ist aber wirklich direkt daneben. Das wollte ich nicht. Na, egal. Okay. Ich wollte gerade was anderes. Ich laufe mal ganz kurz hier nach ganz hinten. Okay. Das war doch ein bisschen weit, als ich gerade dachte. Das war doch ein bisschen weit, als ich gerade dachte. Hier brauche ich auch mal ein bisschen länger, kurz. Oh Gott. Das kann einen töten. Oh Gott. Das ist ja so viele. Na gut. Oh. Okay. Gold. 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 Ich wollte auch so rüber bauen und jetzt auch aber sowas hier. Oh mein Gott. Das hätte auch schlecht ausgehen können. Aber das ist eine neue Höhle. Oh Gott. Oh Gott. Super. Zack. Wieder alles runter. Genau. Okay. Kees, 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 kees. Fledermaus, ich wollte kurz sagen, die ist doch jetzt gerade verbrannt, oder? Ich meine, oh. Okay. Das war schon wieder falsch. Ich mache das hier immer wieder falsch. So. So. Da müssen wir trotzdem gleich nochmal wegmachen. So. Ah, schuld, das ist auch hier. Oh. Ich mein, okay, da kommt nix runter, aber Falscher Block Oh, da könnte sogar Lava dann von oben kommen, das wäre nicht so toll Gut, geht's halt mal wieder zurück Und dann wird drüben weiter gebuddelt Ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus Darüber muss ich Dass ich hier noch Eisen gelassen habe Hier auf jeden Fall Super Aber beim zurückgehen muss ich da auch nochmal gucken Das wird jetzt mal wieder abgebaut Oh, das war noch nicht so weit Fühlt sich gerade ein bisschen weiter an So, ich muss mich ein bisschen sachter jetzt mal machen Irgendwo ist hier Lava Vergiss das immer wieder Nicht unter mir abzubauen Okay, Lava ist links Ich war mir gerade nicht sicher Aber, nee Dafür wäre es auch ein bisschen zu viel gewesen Hoppla Okay Oh, nein Eigentlich müssen wir jetzt zurück Was ist das eigentlich Schade Aber gut, wir haben schon mal jemanden gefunden Wir haben auch schon gut viele Gut viel Strecke gemacht Folge 3 ist immer noch nicht hochgeladen Doch noch eine Stunde Ach ja Da muss ich auch aufpassen Nicht, dass von oben jetzt auch Der Kies runterrutscht Hier auf den Buckel rutscht Oh, wann nur einmal Nachher beim wieder zurücklaufen Dann werde ich da nochmal gucken Okay Okay Ich war nochmal hoch kurz Also sowas wie zum Beispiel Jetzt die Diamanten Die bringe ich alle wirklich direkt Komplett hoch Nicht, dass ich die irgendwie Dann aus Versehen verpeile Und dann Dass wir hier unten 20 haben Oben dann 10 haben Und zum Ende hin denke ich mir so Wir müssen immer noch weiter farmen Obwohl ich will unbedingt Das Neta Und da mal richtig Rabauts machen Rabauts Ich werde das hier glaube ich nie checken Ich werde das hier glaube ich nie checken Das leuchtet sogar auch Ist das cool Okay Somit haben wir ja eigentlich Ich habe da doch schon ein bisschen Übersichtlicheren Fahrt gebaut Hey, beim Hochland hat gerade Das stand eben gerade noch 42 Minuten Also habe ich eine Stunde gesagt Jetzt gucke ich rüber Bis fertig Okay Okay Mist So Das war falsch rum Das war auch nicht richtig So Genau Okay Rein, 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 rein Okay, ich komme noch hier unten Zack 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 Tuffstein Was war denn das jetzt nochmal? Stattetik halt irgendwo Tuffstein Weiß ich jetzt nicht Und was kommt da in die andere Tour rein? Kies, Erde Kies Erde Ähm Oh So Ja Ja Ska man dort da? 19.07 Tschö Schön Schön, schön, schön Äh 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 Hey nochmal Ich bin jetzt gerade noch nicht komplett durcheinander Noch Sorry, sorry 10, 20, 30, 40 Ja, okay Nein Boah Alter, keine Ahnung Er ist einmal Keine Ahnung warum Ich kann das absolut nicht Keine Ahnung warum Jetzt habe ich das wieder Ah 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 Heftig Mein Mathe ist sowieso nicht so meins Aber das war jetzt gerade schon Grand so 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 Da Eisen Eisen Äh Sehr gut Sehr Sehr gut Schaufel Vielleicht nochmal Aber die Bölke Mit Stein Machen So Weil die reicht Dafür würde ich jetzt ungern eigentlich ein Eisen Eisen Oder sowas ausgeben Für Das wächst echt nicht Oh nein Das wollte ich nicht Das eine hier Überall So Ja gut Karotten Naja Komm Und hier vorne Gut Die habe ich eigentlich nur noch Damit sie nicht einfach leer sind Tatsächlich Was heißt leer sind Dass die nicht irgendwann Dass die irgendwann nicht mehr gibt Okay Gut Alle bis auf zwei Oh Okay Das hatte ich jetzt nicht Nicht im Sinn Oh Mr.Fackel Machenig Sachen Unglaublich So Knochen Okay Wird aber auch schon so langsam knapp War Keiner Keiner durchkommen Ähm Ähm Vielen Dank. Oh Gott. Wollte ich gleich springen? Ja, ja, ja. Hier mit dem Weg. Ich weiß nicht, wie es sonst gewesen wäre jetzt, aber ich glaube, irgendwann mal so langsam reicht es auch noch. Und ich weiß, ich habe wieder eine Spitzhacke vergessen. Also eine Diamantspitzhacke. Pack, 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 pack. Ich bin mal spannend, wie viel wir jetzt bei der nächsten Tour finden. Achso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 waren dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, eigentlich wollte ich jetzt drüben weitermachen. Mach ich auch gleich, also. Okay, super. Okay. Gehen wir mal ganz durch. Ich meine, wir haben genug von dem Redstone. Aber ich weiß jetzt so leider noch nicht, was man damit überhaupt machen kann. Ich glaube, damals war das Stromleitung, wenn ich mich nicht irre. Das ist schon ziemlich lange her. Könnte ich halt irgendwie aus wie Lava gerade ganz kurz. Keine Ahnung. Aber wenn man hier unten so nur das hier macht, dann sieht man nicht, dass man einen Shader benutzt, glaube ich. Also wo hätte ich jetzt gesagt? Nein. Aber es ist wie gesagt auch schon ein bisschen länger her. Dass ich das überhaupt gespielt habe. Ach komm. Was natürlich mies wäre, wenn die Diamanten tatsächlich eher 2 nach unten, statt 2 nach oben. Ihr könnt hier gerne mal gucken. Ich bin, wo steht denn die Höhe, die XY-Höhe? Ach da, ich bin jetzt bei 11. Höhe 11. Also ich gehe eigentlich nicht von aus, dass es tiefer ist, aber ich habe absolut keine Ahnung. Absolut nicht. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel googeln. Ich habe eigentlich jetzt gar nichts weiter gegoogelt, weil... Dann könnt ihr auch alles googeln. So ungefähr. Ah, okay. Das ist gerade gruselig gewesen. Alles klar. Hier sind wir. Gut. Ich mache mal hier auch direkt wieder zu hier mit. Okay. Muss ich immer mal wieder nach oben pieken. Wollt ihr was? Höhe? 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 Das ver... Das ist ein Creeper auch noch. Das sieht halt irgendwie süß aus. dass wir da hochgesprungen sind. Heyo, heyo, heyo. Gott, überall sind Geräusche und Schritte und und und. Kies habe ich natürlich noch nicht gefunden. Ich mach das mal lieber auf wieder so. So der Klassiker. Oh. Okay, können wir leicht verschieben. Cool. Okay. Ähm. Weiß jetzt nicht, was ich hier mache. Ist jetzt eigentlich alles gut beleuchtet, hätte ich schon fast gesagt. Nee. 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 Ist das nicht? Oh. Oh. Okay. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ist natürlich sehr schade, aber so ist es jetzt nun mal. Oh, da war schon wieder etwas helles. Ach ne, hier darf ich ja nicht höher. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Wo denn? Mann, Mann, Mann. Schreit doch nicht so rum hier überall. Dann muss ich ja noch suchen. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Ah. Super, wir sind ganz durch. Nein. Alter, hier muss irgendwo eigentlich ganz viel sein. 1, 2, 3, 4, 5, also hier. 2, 3, 4, genau. Ah, Moment. 3, 4, 5. Also theoretisch dann doch wieder hier. Theoretisch dann wieder hier. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Theoretisch. Ich habe es hier mit der Ecke, wa? Gut. Ich gehe mal davon aus, dass die Zombies über mir sind. Das wäre natürlich nicht so lustig, wenn ich jetzt natürlich genau diesen Stein unter denen wegmache. Was mich stark verwundert, ist, dass uns noch keiner laber entgegengekommen ist. Von oben, von der Seite, von unten, whatever. Ich gehe irgendwann wieder vorbeilaufen und mir so denke, oh, aber dann so im Beamgrad. Oh, mir hat Leben verloren. Ach ja, der Zombie hat mich ja getroffen. Oh Gott, da muss ich hier drauf achten. Was passiert, wenn der Hunger eigentlich, oder die Hühnerschenkel eigentlich komplett leer sind da unten? Verlebt man da Leben, oder ist das eigentlich dann noch egal? Okay. Das möchte ich nicht ausprobieren unbedingt. Aber es wäre vielleicht schön zu wissen, falls man nicht drauf achtet. Diamanten, wo seid ihr? Oh Gott, das ist das. blubbern ich bin immer her damit gerne gerne Okay, scheinbar ist die Lava rechts wirklich. Oh ja, wie heiß das jetzt eigentlich sein muss hier in diesem Tunnel, wenn die Lava ja trotzdem war, hier muss ja alles so aufgeheizt, ich weiß, Gedanken um die man sich keine Gedanken machen brauche, mache ich mir Gedanken, gedanklich. Sehr gut. Ich hoffe ja immer noch, dass man dahinter dann irgendwann mal Diamanten findet, wenn man hier sowas abbaut, so eine kleine Mine. Oder Ader, Mine ist das ja nicht, eine Ader. Wenn man dahinter dann nochmal Diamanten irgendwie findet, das wäre so geil. Oh, verdammt, ich bin voll. Scheiße, ich wollte die wegpacken noch. Verdammt. ... ... ... Ich weiß, jetzt mache ich hier nur gerade einen kleinen Speedrun. Ich möchte tatsächlich, dass die kaputt geht. Und dann kann ich hier noch die eine Fackel hinpacken. Gut. Nein. Nein. Noch eine. Okay, oh Gott, hier liegt jetzt alles voll. Dadurch kann ich jetzt natürlich das hier nicht mitnehmen. Ich möchte natürlich am liebsten immer alles mitnehmen. Aber ich sage mal so, die Samen wären mir jetzt eigentlich egal. Ja, nee, das wird doch nichts. Oh, wie sieht es denn hiermit aus? 63, nee, okay, gut, dann baue ich die nicht weiter ab. Ich mache mal hier kurz weiter. Gold kann ich, oh ja. Okay. 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 Okay, cool. Wir haben doch mal schön Gold gefunden. Ich muss nur darauf achten, dass ich hier nicht in der Lava falle. So. Mist Alter Okay Ist das gerade für mich wie so ein Stopp Okay Okay Achso genau Hier kann ich noch mitnehmen Okay Wie sieht das jetzt mit Eisen aus Kann ich auch noch mitnehmen Oh ich habe ja gar keine Fackeln mehr Gut Ehe ich jetzt hier Sonst was für einen Mist mache Ja ist natürlich ein bisschen doof Moment mal Könnte ich jetzt zwischen Wager machen Ja mache ich trotzdem mal ein bisschen weiter hier Weil es wieder helle Steine sind Ja hier So Also war hier So Gleich war ja hier Auch noch ein Durchgang Den werde ich dann auch noch mal Vergrößern ein bisschen Drei Vier Fünf Eins Zwei Drei Vier Fünf Okay Dann noch ein weiter So Also kann ich ja nichts mehr mitnehmen Fackeln habe ich jetzt Auch nicht mehr Ich glaube aber wir brauchen so langsam wieder Kohle Wir haben glaube ich auch nur noch zwei oder drei Stacks Ah hier lang Ja ich fälle wieder hoch Ah jetzt habe ich Schluck auf Super Gut diese Diese Ja Minen die ich so gesehen selber baue Die hätte man natürlich auch Nochmal Ja Besser schicker wie auch immer machen können Du 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 Das war schon Kuffer habe ich nicht gefunden Okay Habe ich auch schon so viel Oh Gott Na gut So So nicht schlimm Soweit Goldene Apfel Ah krass Der war da unten drinnen Okay Ja Ja Die haben mal ein Spitzhacker Bräuchten wir theoretisch auch Oh 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 Nö Du noch hier Du noch hier Okay Du hier Ja okay Kohle werden wir definitiv jetzt gleich nochmal abbauen Okay Okay So Hoppla, da habe ich irgendwie was falsch überlegt, okay, wo kommst du hier rein? Ah, das spielt da so viel Eisenbahn, schön, schön, ich wollte gerade sagen verdammt, aber nein, das ist ja mega gut, okay, ich habe auch so viel Brut und alles, okay, neun passt ja perfekt, okay, so, naja, du kommst hier rein und wieder runter. Oh, nehme ich das jetzt schon mal mit, die Diamantspitzhacke, ach ne, es regnet gerade mal nicht, wow, ich weiß ja, ob wir vielleicht sogar zu weit weg sind, dass das deswegen nicht weiter wäre, oh doch, ich werde es noch nicht abbauen und, oh, sind es gerade drei hoch, oh, geil. Ich werde es natürlich noch nicht abbauen, um das zu benutzen. Ach cool, ach cool, ach so. Obwohl schon ziemlich viele sind, ist es noch nicht genug. Geht jetzt glaube ich erstmal nochmal kurz hier lang, okay. 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 Gut, die schwimmen also. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ich überlege gerade was anderes, hier überall so Linien zu machen, dass ich hier eine Farm draus baue. Ne, das mache ich vielleicht dann drüber auf der Insel oder so. Ich möchte das jetzt hier nicht verschandeln, sage ich mal. Ich überlege gerade. Gut. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen was hiervon mitnehmen. einen kleinen ebenerdigeren Strand hier unten auch gleichzeitig dadurch basteln. super. Gehen wir mal ganz fix da rüber. Das wird dann hier am Block. Sieht zwar nicht so schön aus, aber das ist dann hier nur, dient nur zum Zweck. diese kleine Insel. Jetzt mache ich hier wieder fünf Aufgaben oder fünf Sachen auf einmal. Man gewöhnt sich echt schnell an diese Grafik. Das ist jetzt schon wieder so wie fast normal, wenn ich jetzt natürlich wieder das irgendwann mal komplett Vanilla spielen sollte, also auch ohne Mods, also ohne Grafikmods. Ich glaube, dann sieht das richtig beschissen aus. Oh, 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 oh. Ne, du nicht. Ich brauche noch Fackeln auf für hier dann. Mist. Ich wollte gerade sagen, das ist schon komplett leer. Okay. Ne, obwohl. Es wird echt so schnell dunkel. Okay. Oh, aber wie schnell. Schnell. Oh. Oh. Oh gut. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Oh Gott. Natürlich stehen die Creeper direkt vor meiner Haustür. Leute, Leute, Leute. Das kann es ja keiner erzählen, ne? Was habe ich jetzt hier? Seetong. Kann man das essen? Nee. Seetong. Ich wüsste jetzt gerade so auch nicht, für was das gut sein könnte. Okay. Na gut. Da kann ich jemanden ganz hinten mal gucken. Mal gucken, was aus dir wird. Glaub ich schon. Ich glaube, das ist die Gras. Aber das wäre ich hier. Egal. Ist noch irgendwas? Ach, guck mal, hiervon haben wir auch so viel. Okay, dann ist das ja egal, wenn es unten jetzt gleich weg ist. Fackeln. Ich werde mal... Ach, ich wollte wieder nur ein Stack machen. So. Ich werde das unten abbauen. Kann ich wenigstens die Stickys... Und Moment mal, noch besser. So. Ich gehe jetzt wieder so runter. Und nein, Diamantspitzack habe ich jetzt mit Absicht mal nicht mitgenommen. Weil ich jetzt erstmal kurz... Da unten weitermachen möchte. Ich möchte erstmal ein bisschen was finden jetzt. Ich habe keine Kohle hier. Egal. Kohle können wir ja hier unten noch abbauen genug. Ja, da zum Beispiel. Aber egal. Wir bauen Kohle auf jeden Fall hier hinten ab. In unserer Mine. Ich überlege schon, die ganze Zeit das Wasser wegzumachen. Okay. Mist, noch einen. So. Mine, Mine, Mine. Meine Mine. Das Schild ist gleich kaputt. Das schild hat, glaube ich, nur noch einen Schlag aus. Oh ja, hier ist ganz viel Kohle. Wie viel habe ich hier? Zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach ja, stimmt ja, stimmt ja. Wenn die Samen jetzt drüben, die spawnen sind und die Blöcke da... Ist das nicht so schlimm. Okay. Oh, okay. Geil. Dafür bin ich immer... Immer zu haben. Ja, dafür... Nicht so wirklich, aber ist okay. Dafür die Erfahrung. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob... 30, 33 Erfahrungspunkte schon vieles, ey. Irgendwie geht es die ganze Zeit in meinem Kopf so, so... Nö. Ist es nicht. Es ist okay, es ist aber nicht viel. Oh, herrlich. Oh. Oh, jetzt haben wir die Schaufel draußen kaputt gemacht. Verdammt. Was weiß man noch nicht, wofür Kupfer ist. Was weiß man noch nicht, wofür Kupfer ist. Aber es ist okay. Oh. Okay, okay, okay. Oh, da oben ist Cola. Wie viel ist das denn? Einer. Ach, tatsächlich. Ach, komm. Ich finde bestimmt jetzt nochmal demnächst Cola. Ja. Ja. Wie cool, dass man da vier Erfahrungspunkte kriegt. Okay, nicht immer. Alter, ich würde gerne noch mal Bruchstein. Und eine Fackel. Nicht da. Oh, Gott sei Dank. Schön. Schön, schön. Schön, schön. Mich nervt gerade mega, dass ich nicht auf die Uhrzeit geachtet habe. Oh. Wasser fließt geradezu. Äh, ja. Ja, pack ich mal hier wieder hin. Wenn Wasser hier runter fließt, ist das egal. Okay. Schön. Ihr seid immer willkommen. Dir manchen noch mehr, aber ihr auch. Was haben wir uns scheinbar dran vorbeigearbeitet? Ah. Gucke mal an. Was wir hier mal wieder geschafft haben. Oh, weia. Oh. Waja, dann doch irgendwo perfekt. Nein. Alter, das ist ich mich. Egal. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Zwei, vier, sechs. Also müsste diese Folge theoretisch bis acht gehen. Gut. Geöffneter Welt. Sieben Stunden sieben Stunden siebzig. Ah, diese Komma-Zeug. So. Äh. doch da ist auch noch hallo was oh nein da erfahrungspunkte like man konnte damals auf jeden fall erfahrungsfläschchen herrschen will ich jetzt nicht sagen aber benutzen ging das immer oder nur vielleicht im creator modus beziehungsweise mit sheets das wäre auch noch mal interessant zu wissen also ein bisschen ep boost verwahren die doch auch glaube ich nur für die war noch auch damals nur für die pr für die für die für die verzauberung oder die ep das ich habe gesagt so zu machen ist aber gefährlich bis ich meine ich würde auch länger machen aber das dann hochzuladen und so ist dann doch schon ein bisschen sehr dolle sag ich jetzt mal weil das sind ja schon teilweise 20 bis 25 gigabyte hochladen wo ich lade ich nehme ja auch in einer höheren bitrate auf okay das war auch ein bisschen länger klang auch ziemlich krank ehrlich gesagt kam auf jeden fall von rechts aber was das jetzt sein hätte können hätte können boah ab 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 b wieder zu machen und weiter geht's so Was war das? Das war nicht im Spiel. Was? Ich hasse diese Scheiner. Die gibt es aber glaube ich auch nicht so lange, oder? Oh, schön. Nee, gleich kaputt auf jeden Fall. Komm, bei deinem eigenen Abbau darfst du es nicht kaputt gehen. Oh, ich dachte, ich weiß nicht, wie ich es nicht kaputt gehen kann. Oh, ich dachte, ich weiß nicht, wie ich es nicht kaputt gehen kann. Oh, ich weiß nicht, wie ich es nicht kaputt gehen kann. Okay. Okay. Ich mache es mal zu, dass ich da nicht wieder runterfalle. Ich höre wieder Lava. Klingt auch von oben. Um, links. Schön, dass man da auch so viel XP bekommt. Und beim Kolab-Farm. Daher ist er eh machen muss momentan. Ist das ja eigentlich ganz gut. Oh, schade. Alter Schwede. Das ist eine richtige Miene hier, Alter. Das ist wirklich tolle. Alter. Ach, ich bin bei einer Miene, mal. Aha. Ich bin bei einer Miene. Oh, ich bin bei einer Miene. Ich bin bei einer Miene. Ah, ich bin bei einer Miene. Okay. Weiterhin viel Spaß euch da oben. So. Das nochmal. Okay. Ich weiß ja nicht. Ich habe keinen Bock, dass die erspauen. Ich klebe einen Bengel. Oh, verdammt. Ich habe vergessen, auf der anderen Seite jetzt so gesehen. Noch weiter, oder? Oh Gott, habe ich jetzt vergessen, weiter zu bullen auf der anderen Seite. Weil nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit hier ins, ja so gesehen ins Nichts buddel und dann immer und immer, weil ich bin noch lange nicht so weit. Ich bin mir halt gerade nicht sicher. Dann kann ich ja hier auch nochmal von links nach rechts so gesehen machen. Genau, hier ist zum Beispiel ein Durchgang. Oh, na gut. Weit war ich noch nicht. Okay, ich weiß nicht, warum ich das nicht vorhin schon gemacht habe. Vielleicht habe ich gedacht, nö, muss nicht. Ah, doch, doch. Ein Durchgang müsste hier nochmal sein. Der eher eigentlich aus Versehen durchgangen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und dann hier. Genau. Genau. Oh. Wow. Wie schnell man hier voll ist. Ja. 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 Ich wollte gerade sagen, ich buddel so weit, bis die Axt kaputt geht, die Spitzhacke. 1, 2, 3, 4. Nö. Kann ich ja nicht. Ja, gut, ist egal. Ich finde, wir sind schon ganz gut weit gekommen jetzt. Leider keine Diamanten weitergefunden. Ich gehe mal davon aus, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist. Ach ja, ab dann kann man nicht mehr rennen. Super. Super. Gefällt mir richtig irgendwie. Und das im Hardcore Modus. Das ist doch prima. Rein, rein, rein. Bruchstein. 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 Das war's. Das war's. Keith. Ähm. Oh Mann. Ich brauche noch mal eine Kiste auf jeden Fall. Vier. Ich brauche vier Kisten. Okay, gut. Ja, gut. Das eigentlich nicht, aber das hier nochmal. Oh. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Das hier. Das hier. sind noch reingepackter. Ja. Die kommen jetzt alle hier rein. Du kommst nach oben. Du kommst da mit zu. Okay. Wolle und Sand und sowas. Ja, gut. Tumhaut. Ähm. Ja, doch. Den Rest lasse ich hier drin, ne? Quatsch. Ich hab' durch Zufall gesehen, dass da Glas schon drin war. Keine Ahnung, was ich da gemacht hab. Ah, gut. Schön sortiert ist es hier absolut nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das trotzdem so weit reicht. Ups. Die goldene Apfel. Oh, das ist sogar der erste. Oh Gott. Krass. Okay. Okay, doch. Gott sei Dank. Ich hab' mich da. Ich hab' gedacht, immer mich da verzählt zu haben. Ey. Was hab' ich denn jetzt da gemacht? Okay. Nein, das war mir klar. Ah, wieder falsch. So, noch da oben. Genau. Genau. So. Ähm. Okay. Habe ich sogar noch? Okay, das ist ja noch besser. Das wusste ich auch nicht, dass das geht. Ich hab' mir gerade so überlegt. Das blinkt jetzt da. Das funktioniert das. Dann drücke ich drauf. Und jup. Das müsste er dann mit Schaufel auch gehen. Geil. Ah, Eimer. Eimer. Eimer, Eimer, Eimer. So. Frühjahrmorgen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt alles in diesem einen kleinen Run jetzt hier, sag' ich mal. Ach, Quatsch. Wieder alle drei hoch? Brauch ich die Farm dann überhaupt? Ja, okay doch. Es sind zwei hoch. Ich wollte gerade sagen, da brauche ich ja die Farm da drücken. Gar nicht, die ich da gerade aufbaue. Jetzt hab' ich den ganzen Sand dagelassen. Oh, verdammt, mein Schild ist ja auch fast kaputt. Kann ich die Uhr in die andere Hand nehmen? Das ist zwar ein bisschen größer, sorry, aber dann brauche ich absolut auf nichts anderes achten. Ich will jetzt hier nur noch pushen. Der ist doch schon drei hoch, oder? Ach, krass. Okay, komm. Die holen wir jetzt da drüben auch noch ein bisschen ab. Ach ne, es sind doch zwei, keine Ahnung. Hm. Irgendwie runtergefallen. Wenn ich... Hm. 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 Okay. Im Wasser liegt... Beeindruckenderweise wenig. Okay. Let's go! Oh. Ich bin auch froh, dass hier keine... Unter Wasser gab's ja auch irgendwie irgendwas. Oh. Oh, mit irgendwelchen Monstern hier mit... Oh, ich weiß grad gar nicht. Nee. Nicht, dass du... Wenn du dann hier noch irgendwas kaputt spawnst oder machst oder whatever. Okay. Nee. Halt. Das war falsch, das war falsch. Weil das geht ja dann immer. Zwei. Ich mach's mit Absicht nicht komplett durch. Eins, zwei. Weil, weißt du nicht, vielleicht sieht's schöner aus. Das kann ich ja immer noch dann machen. Eins, zwei. Oh, ich hoffe, das geht auf. Eins, zwei. Ja, gut. Ist schon ziemlich groß. Eins, zwei. Geht nicht auf. Verdammt. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Hups, ups, 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 ups. Huh. Immer jeden zweiten. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Jens, zwei. So. Nee, okay. Genau. Perfekt. Mist. Und falsche Seite genommen. Naja, egal. Ich will hier nur einmal, bei diesen ultrakurzen Tagen hier, das hier wenigstens fertig bekommen. Super. Zwei. Die Seite. Super. Ja, ich glaube ja. Oh, ach so. Ah, die kann man schon selber stacken. Ich glaube, das wird ein bisschen dort, oder? Ich glaube, das wird ein bisschen dolle. Aber ist ja egal. Das wechseln jetzt schon wieder auf zwei. Oh, 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 oh. Gut, mal gucken, was ich mit dir. Kleine Fläche mache. Aber ich denke mal. Gar nichts. Ok. Ich wollte gerade sagen, habe ich... Achso, Seetank, genau. Nehme ich trotzdem mal mit. Ich meine, wir können da 3 Milliarden Tonnen davon abbauen. Ich wollte hier mal wieder schick machen. Boah, dieser böse Creeper, das kaputt gebombt hat da. Ich finde es geil, dass die einfach gar keine Angst vor einem haben, die Tiere hier. Mist. Noch ein bisschen. Ah, es wird schon dunkel. Ja, es wird schon wieder dunkel langsam. Ich weiß leider nicht, was das für ein Boden hier ist. Kann ich leider nicht sagen. Ups. Noch ein Ei. Ah, dann haben wir schon 2 Eier. Gut, gehen wir wieder rein. Cool. Ich hätte es fast wahrscheinlich auch werfen können. Seetank ist noch nicht gewachsen. Keine Ahnung. Vielleicht geht das auch gar nicht. So. Der Eimerchen kommt wieder hier rein. Ich gucke mal ganz kurz bei Statistiken. Ich bin bei 8 Stunden 17. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ich habe das Spiel 3 Mal verlassen. Wie geht das denn? Ich bin jetzt bei Folge 4. Ach ja klar. 1, 2, 3. Ja klar. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Aber hier seht ihr auch, dass ich euch nicht irgendwie verarsche. Folge 1 einmal verlassen. Verlaschen. Folge 2 zweimal. Folge 3 dreimal. Ich gehe wirklich nur dann rein, wenn ihr dabei seid. und ja. Dreimal. Und jetzt ist das vierte Mal. Ich wechsle hier nochmal ganz fix. Gut. Spieltage habe ich noch für unten. Dann kann es gleich weitergehen. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Achso. Viertes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ab und ich mich gebe dann oben. Schreibt den Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Tschüss. Ich gebe dir zum nächsten Mal. Tschüss. Sch surprise.